Und hier gibt es mal vier Hütte Hüß, 15 Fallspiele, das sieht doch schon mal gut aus. Könnte es ja langsam mal krachen hier. So oder so ähnlich, 150, schon mal nicht übel. Und eins haben wir noch. Das hat sich doch mal gelohnt, das war ja nicht mal so schlecht. Sehr schön. Und hier war eine Runde Freispiele, 2 Euro Einsatz. Wenig. Ajaajajaj. Na Wahnsinn. Dafür hat er aber schlecht bezahlt. Schweinerei. Und es ist mal Zeit für eine Runde Doppelbuch. Schöne Mischung. Und es ist mal eine Runde Doppelbuch. Und es ist mal eine Runde Doppelbuch. 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 Und die Nummer 15 bleibt dabei. Und hier gibt es mal 9 Freispiele, 4 Euro Einsatz. Boah, noch schlechter kann man ja nicht bezahlen auf 4 Euro. Lächerlich, jetzt da nicht. Und hier kommen mal Bücher. Die 10, naja, naja. Dann wollen wir sie aber schon voll sehen. Kein Vorbild, schade. Und wir drehen mal hier eine Runde. Und hier sind wir die 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 Runde. Guck an. Wer damit? Genau so ist das. Das war doch schon mal nicht schlecht. Da kommt nichts mehr nach. Kleckerkram. Also mir reicht jetzt schon wieder hier mit Früchte. Spielwechsel. Und es ist mal wieder soweit. Los geht's. Das war's. Das war's. Ah, da machen wir nicht so viel Luft dazwischen. Oh, das braucht aber auch keiner. Äh, klauen wir das nicht mal zu. Fofi. Und weg. Klaut ja ziemlich oft da hier. Oh, das war's. Ach, guck an, da gibt's nen Preis. Na, was hast du? 10 Euro? Ach, dachte ich mir. Die Kirsche wär voll. Oh, 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 oh. Ei, zweimal die 7. Packt dat? Ne, macht er nicht. Ach, guck an. Ach, guck an. Ach, guck an. Tö. 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 Immer an derselben Stelle. Das war's. Da haben wir ja noch mal abgepasst hier. Hm, voll haben wir trotzdem noch nicht. Guck mal, ein bisschen darfst du in die Richtung. Das war's. Das war's. Oh, mia. Oh, ah. Oh, mia. 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 Jetzt klaut er aber schon schneller durch. Oh, mia. 57 und stopp. Na, wie wird mit Joker? Stopp macht er. Oh, es war eine 7. Jawoll. Jawoll. Oh, er klaut's nicht. Sehr schön. Es geht weiter. Es ist noch nicht Schluss. War zwar knapp, aber gut. Ja. Jawoll. Na, 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 na. Ja. Ja. Dann jetzt los. Wieder in die Richtung und Feuer. Oh, Gott. Ja. Moppa. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kursche ist voll. 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 was bringen hier nummer 30 nichts mehr dann bleibt bei 96 20 das ist ja krumm doch und es ist mal wieder zeit für eine runde book of meyer ein euro ok naja das dürfte ja vielleicht mal voll machen oder so kommen wir da aber nicht zusammen 4 nur aber los jawohl und ja sehr schön und das war's schon wieder und wir schauen mal hier rein der kommt der flatterkopf hey 50 wollten man der bringt das schon alles durcheinander ein euro so aber los wo steckt der teil das war's schon mal hier das war's schon mal hier das war's schon mal hier Ah, da könnte er langsam mal kommen. Gehen wir auf 2. Gehen wir auf 3. Jetzt muss er reinbringen hier, da waren es nur noch 20. Durchgeflitzt. Kurzes Vergnügen sind wir schon unten angekommen. Schade, schade, schade. Das war dann einmal nichts. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Mal gucken, ob wir ein paar Power Spins bekommen. Los geht's. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade Ich könnte ja mal langsam so eine Kappe auftauchen. So, die Hälfte haben wir schon wieder verbraten. Das schafft ja überhaupt nicht. Gehen wir auf 2. Hopp oder Top. Das war doch mal übel. Keine Kappe. Nichts. Und wir haben hier mal 15 Freispiele erhalten. Na dann mal los. Ach doch, kein Mist. Müsste ein bisschen mehr zukommen. Ja. 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 Und da macht der Feierabend. Zarte 26.